Ich bin gerade so genervt. Kennst du das? Eigentlich ist nichts passiert aber du fühlst dich einfach gerade richtig genervt. So geht es mir gerade. Eigentlich habe ich auch gar keinen Bock ein Video mit mir für dich aufzunehmen, aber ich habe auch Bock auf Hula Hoop. Na ja, egal. Hi, ich bin Patricia, ich bin Hula Hoop Trainerin und wir machen jetzt gemeinsam ein bisschen Hula Hoop, okay? Schnapp dir gerne deinen Reifen und mach dich vorher ein bisschen warm. Das machen wir auch wieder gemeinsam. Wir marschieren erstmal wieder ein bisschen auf der Stelle. Nimm die Beine ruhig ein bisschen höher als immer, okay? Beine gehen hoch. Versuch dabei die Füße abzurollen und nicht so trampeln, sondern so als würdest du spazieren gehen und dabei die Füße ein bisschen höher nehmen, die Beine ein bisschen höher nehmen. Genau. Lächeln kann dabei auch nicht schaden, das hebt die Laune auch direkt. Okay, ja. Das war eine gute Idee, das Video trotzdem auch nehmen zu wollen. Also, marschieren wir schon mal gut. Jetzt strecken wir uns einfach mal nach oben und machen uns einfach mal lang und lassen dabei den Reifen ein bisschen kreisen. Über... Überhaupt... Oberhaupt... Ober... Nein, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Den Reifen über den Kopf einfach. Oberhaupt... Überhaupt... Überhaupt... Ober... Oberhalb... Oberhalb... Oberhalb war das Wort. Genau. Ganz, ganz langsame, kreisende Bewegungen. Sehr gut. Und mach dich noch einmal ganz lang. Versuch dich mal auf Zehenspitzen zu stellen und dich noch ein bisschen länger zu machen. Sehr gut. Und dann kommen wir zum Schlenkerbären. Einfach den Reifen auf Hüfthöhe mit den Händen kreisen. Oder beziehungsweise schlenkern. Wie ein Schlenker-Teddybär. Oder eine Schlenkerhudehubfrau. Ganz, ganz lang. Ich weiß gar nicht, wie gut du mich hören kannst. Ich habe ja noch immer kein Mikro. Sondern ich schrei dich einfach an. Wenn du keinen guten Ton hörst, dann machst du einfach trotzdem weiter. Und wenn du Nachbarn nebenan siehst, dann nickst du einfach zu. Genau. Sehr gut. Ja, so machen wir das. Du darfst dabei auch gerne ein bisschen deine Füße mitnehmen. Also dich ein bisschen mitdrehen. Siehst du das? Achte aber da bitte mal drauf, dass du deine Knie nicht überlastest. Genau. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns noch hier um die Hüfte. Das heißt, du stellst dich wieder gemütlich hin. Und dann kreist du so groß es geht mit deiner Hüfte. Genau. In eine Richtung. Best day of my life. Die Laune erhebt sich schon. Genau. Und natürlich auch in die andere Richtung. Oh Gott, Leute. Heute komme ich mir echt vor wie ein Stimper. Aber sowas. Und nochmal in die andere. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, darf es das schon gewesen sein. Du kannst immer wieder ganz andere Übungen mit einbauen oder die Übungen so verlängern, wie es sich für dich gerade gut anfühlt. Genau. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns heute einfach mal ums. Wir laufen nach vorne. Ja. Und wir üben es auch wieder nach hinten zu laufen. Dafür legst du deinen Reifen in den Rücken. Schwingst ihn in deine geübte Richtung und groovst dich erstmal ein bisschen ein. Ja. Dafür die Beine ruhig mal ein bisschen weiter aufstellen. Schau, dass die Zehen so ein bisschen von dir weg zeigen. Genau. Und dann groovst du dich erstmal in dein Hubtempo ein. Lächeln dabei nicht vergessen. Ganz besonders, wenn die gerade nicht danach ist. Trotzdem lächeln. The best day of my life. Okay. So. Machen wir jetzt ungefähr so halbe Minute, Minute. Versuch dabei, deine Hände mal vor der Brust zu verschränken. Oder du streckst sie zur Seite. Oder nimmst sie einfach mal nach oben. Genau. Oder du legst sie einfach auf deinen Schultern ab. Ich hänge sie mir gerne manchmal in die BH-Träger. Also noch immer. Auch nach fünf Jahren Hula-Hoop machen. Das ist immer noch meine liebste Position, wenn die nicht gerade mitdancen. Genau. So. Dann würde ich sagen, genug gequatscht. Ne? Haben wir jetzt ungefähr eine Minute. Dann nimm mal ein Bein vor. Und bewege dich weiter. Hier spielt die Musik. Und wieder ein Stückchen. Ein Schrittchen wollte ich sagen. Und nochmal. Sehr gut. Und hier immer zwischendurch pushen. Genau. Ja. Sehr gut. Ich komme so nah wie es geht. Jetzt muss ich aufpassen. Der Dasti ist wieder da. Und noch einen Schritt. So. Jetzt müssen wir kurz aufpassen. Ruf dich wieder ein und dann gehen wir zurück. Achte darauf, dass du nicht so große Schritte machst. Je kleiner die Schritte sind, desto einfacher. Also ganz easy way. So. Achtung. Auf den Kater. So. Genau. Bitte nicht nachmachen, wenn du Haustiere hast. Und du das gerade noch übst. Okay? Das kann schlimme Folgen für das Tier haben. Deswegen Konzentration. Hier nie aufhören, dich zu bewegen. Nie aufhören, dich zu bewegen, wenn du laufen magst. Genau. Ja. Sehr gut. Und noch ein Stückchen zurück. Noch einer. Und noch einer. Yes. Sehr gut. Ja, egal was ich tue, er ist trotzdem da. Er vertraut mir einfach. Ist nicht unsere Katze. Kommt uns immer wieder besuchen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Noch einmal versuchen. Diesmal aber in die ungeübtere Richtung. Dafür grooven wir uns dabei erst ein. Wuh. Das war knapp. Greifen in die andere Richtung. Cause you make me feel like I'm unlocked out of heaven. Aber ihr könnt ja mal wieder Karaoke spielen und erraten, welchen Song ich da gerade höre. So. Was ist nun? Darf ich gehen? Ne. Wir grooven uns noch ein bisschen ein. In die andere Richtung. Und wie gesagt, bitte nicht nachmachen, wenn du ein Haustier oder Kind in deiner Nähe hast. Ja. Oder zerbrechliche Dinge. So. Also. Ungefähr eine Minute wieder eingrooven. Oh yeah, 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 yeah. Ach so. Ähm. Playlist findest du wie immer in der Videobeschreibung. Das ist glaube ich Playlist 1, die ich jetzt gerade habe. Glaube ich. Okay. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir gehen einen Schritt. So. Achtung. Ein Schrittchen vor. Ein Schrittchen vor. Immer die ganze Zeit bewegen. Schrittchen vor. Bewegen. Und wenn du merkst, dass der Reifen nach unten flutschen möchte, dann halte. Und groove dich erst mal wieder ein bisschen ein. Dann wieder Beinchen vor. Cause you make me feel like I'm unlocked out of heaven. Okay, noch einen. Sehr gut. Dann bleibst du stehen. Push wieder ein bisschen vor. Und dann gehen wir zurück. Ein Bein wieder zurück. Push, 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 push. Wieder zurück. Push, 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 push. Zurück. Sehr gut. Genau so will ich das sehen. Das sie nicht. Nicht das Stativumschubsen bitte. Ja. Können wir uns darauf einigen. So. Sehr gut. Und das kannst du immer dann üben, wenn dir gerade danach ist. Was anderes probieren wir jetzt nicht aus. Aus Angst, dass ich dem Kater weh tun könnte. So. Dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. das wir Go Hoopy Go nennen. Das wird der Titel des Videos werden. Und jetzt stellst du deinen Reifen einfach mal ab. Ja. Kurz. Und du? Und du? Okay, nein. Wir stellen die lieber nicht ab. Ich habe Angst, dass der Kater ihn anschubst und ihn auf die Nase kriegt. Okay. Dann machen wir uns einmal locker. Ja. Einmal deine Beine schütteln. Locker machen. Füße schütteln. Locker machen. Die Arme auch ein bisschen locker machen. Einmal ein bisschen locker machen. Einmal ein bisschen locker machen. Arme und Beine schütteln. Wenn es geht. Wenn du ohne Katze bist. Mag auch. Wenn du ohne Katze bist, geht es auch noch mal ein bisschen besser. Genau. Sehr gut. Dann nimmst du den Reifen über den Kopf und neigst dich ein bisschen zur Seite. Ein bisschen zur anderen Seite. Mach die Übung so ungefähr eine Minute. Ja. Plus, Minus. Oder einfach so, wie es sich gerade für dich gut anfühlt. Wir holen uns ein Flugzeug. Und dann zum Schluss meine liebste Übung. Der Reifen geht nach oben. Augen zu. Durch die Nase einatmen. Durch den Mund wieder ausatmen. Und diesmal hältst du einfach nur den Reifen nach oben. Wenn er dir zu schwer wird, kannst du ihn auch nach unten halten. Aber halt ihn so lange erstmal nach oben. Einfach durch die Nase einatmen. Durch den Mund wieder ausatmen. Und dich auf deinen Atem konzentrieren. Nur du und deinen Atem. Au. Au. Nur ich und der Kater. Dann darfst du deinen Reifen gerne an die Seite stellen. Du bist so ein Süßer. Weißt du das? So ein Süßer bist du. So ein Süßer. 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 Ähm. Ich. Schmuss. Ich schmuss jetzt noch ein bisschen den Kater. Okay. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bevor er jetzt gleich das Stativ umschmeißt. Hallo. Hallo. Ich möchte das Video noch zu Ende machen. Okay. Ähm. Falls dir das hier nicht ausreicht. Kannst du mich auch gerne für dein Coaching buchen. Oder für deine Firma. Für deine Einrichtung. Dafür schreibst du mir einfach eine E-Mail. Dann machen wir einen Termin aus. Zum klären worum es geht. Und ähm. Ansonsten lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und abonniere meinen Kanal. Um hier nichts mehr zu verpassen. Und das war wieder der ganz klare Hinweis. Wenn du gar keinen Bock hast auf Hula Hoop. Ja. Dann schnapp dir deinen Reifen gefälligst. Egal was du gerade anhast. Und mach Hula Hoop. Das hebt nämlich deine Laune. Ganz 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 ungemein. So. Ich schmuse jetzt den Kater. Und dir wünsche ich einen wunderschönen Tag. Oder wunderschöne Nacht. Je nachdem. Wann du hier mit mir gemeinsam Hula Hoop machst. Also. Tschaui. Ich muss noch ein bisschen schmusen. Oh. Naja. Jetzt halt nur Katzenschmuse. Katzenschmuseeinheit. 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 So. Und jetzt aber. Tschööö.